Ich bin Dennis Alt, ich bin ein Frankfurter Maler, lebe seit 16 Jahren hier in dieser wunderschönen Stadt Frankfurt. Ich bin Absolvent der Frankfurter Städelschule, habe dort sechs Jahre Malerei studiert und seither bin ich als freischaffender Künstler unterwegs mit vielen Ausstellungen und neuen Werken. Und zurzeit arbeite ich viel mit Installationen, Fotografien, thematischen Ausstellungen, die sozusagen meine Werke auch technisch sozusagen begleiten in die Ölmalerei. Und ich versuche daraus so verschiedene, meine eigene Handschrift auch zu entwickeln und eine Wiedererkennung sozusagen zu ermöglichen. Und ich habe die Hoffnung, dass das mir doch ganz gut gelingt. Und ja, vielleicht so viel zu mir. Vielen Dank. Danke auch.